Ich bin Andreas Gronenberg von der Firma Xilence und wir stellen hier auf der CeBIT 2015 einige unserer neuen CPU-Kühler-Modelle vor. Ich habe euch hier zwei CPU-Kühler mit jeweils zwei Heatpubs mitgebracht. Wir haben das einmal als AMD-Modell auf dieser Seite und einmal als Intel-Modell auf der anderen Seite. Das Besondere an diesen CPU-Kühlern ist, dass wir extremen Wert auf die Heatpipes gelegt haben. Diese Heatpipes sind so leistungsfähig, dass wir trotz der kompakten Bauweise mit den zwei Heatpipe-Modellen bereits eine TDP von 130 Watt kühlen können. Die beiden Modelle haben einen 92 mm PWM gesteuerten Lüfter und werden voraussichtlich im Mai zu geschätzten Streetpreisen von 15 Euro verfügbar sein.